Wir schnappen uns heute eine Portion Zuckerguss und schwarze Lebensmittelfarbe und zaubern kleine Schultäfelchen aus Butterkeksen. Die kannst du nach Belieben dekorieren, zum Beispiel mit unseren Brauseperlen oder der Zuckerschrift oder auch dem Dekor ABC und Zahlen. Dann kannst du sie entweder als Tischkärtchen benutzen oder auf einen Kuchen verteilen. Wer würde sich zur Einstellung darüber nicht freuen?